hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen folge final fantasy 16 wir sind hier ein bisschen was zum hintergrund wissen dazugelernt bezüglich des baumes und dass die marielle die gezüchtet hat und die leider bei dem eingriff von vor fünf jahren und leider gestorben ist aber jetzt ihr baum den sie gepflanzt hat früchte trägt das war das was wir letzte folge erfahren haben das finde ich immer schöne ich habe mich schon wieder verlaufen das sind irgendwie immer schöne side facts und side stories die man da somit kriegt sind schön mit eingepflogten muss ich mal muss ich meine fern des sie noch mal loben da muss ich nicht hin wir gehen jetzt aber weiter mit der hau quest wir müssen wir entsprechen die wartet schon sehnsüchtigst auf uns dass wir endlich mit ihr quatschen ich weiß schon gar nicht mehr um was es ging ehrlich gesagt in der hau quest schon so lange her aber vivian erklärt mir das bestimmt gleich hi vivian wieder hier lord rossfeld es rührt mich dass du meine gesellschaft so schätzt im moment brauche ich eher den rat als deine gesellschaft charmant wie immer was gibt es denn heute die eisernen erzähl mir bitte von ihnen dann segelt ihr also bald nach drachen hauch nehme ich an zum mutterkristall inmitten der siedenden see es gab eine zeit in der ein jeder rosaria für ein besuch nur den wellen trotzen musste aber die eisernen hatten andere pläne wie du weißt herrschen die eisernen oder vielmehr ihre religiösen führer über die inseln im westen stürms anders als in sein breck wird religion dort nicht nur als werkzeug zur manipulation der massen missbraucht nein das eiserne königreich verkörpert die kristallene orthodoxie regelrecht wer die eisernen durchschauen will muss das erst verstehen in ihrer lehre ist die verehrung der mutterkristalle ein zentraler glaubenssatz kein wunder dass es ihnen missfällt wenn ungläubige die heiligtümer ausbeuten und mit deren splittern wann zu füllen und lampen zu entzünden äther ist in ihren frommen augen ein sündhafter stoff ja sogar ein gift entsprechend sind domini für sie instrumente des bösen die sie sich für die rechten zwecke jedoch auch selbst zunutze machen vor nun gut 80 jahren im norden stürms ist drachen auge erloschen und die armeen der nördlichen gebiete marschierten auf der suche nach äther in richtung rosaria unerbittlich von der fäule getrieben als die schilde des phönix ausrückten um sie abzufangen sah das eiserne königreich seine chance es nutzte die gunst der stunde um seine krieger nach drostanus zu entsenden und die inseln mitsamt ihrem mutterkristall drachenhauch an sich zu reißen über die jahre sind die rückeroberungs versuche zum erliegen gekommen zu deinen lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer soldat mehr fuß an land gesetzt und nun da rosaria von sein breck annektiert wurde haben die eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten also bleibt ihnen ihr sprungbrett zum festland erhalten während sie auf den richtigen zeitpunkt für ihren nächsten kreuzzug warten der mutterkristall ist für die eisernen nicht nur von religiöser bedeutung sondern auch ihr tor zum festland daher betrachten sie tristanus als heiligste erde eines tages soll die eiserne flotte von dort aus in see stechen und alle anderen mutterkristalle erobern oder untergehen mein vater und mein großvater haben beide mit den eisernen gekämpft alles nur wegen drachenhauch ohne die geschehnisse am phoenix tor hätten wir die ganze flotte ausgeschickt stattdessen schickten sie ihre flotte gen rosaria nahmen die hauptstadt ein töteten die männer und raubten die frauen einschließlich jill ich denke niemand könnte dir ein paar rache gefühle verübeln kleif mein ziel ist einzig und allein der mutterkristall aber trotzdem danke hier gibt's nichts mehr zu tun mal sehen ob jill bereit ist ist also ich darf keine langen aufnahmepausen machen ich darf keine langen aufnahmen aber da sind auch viel zu viele namen und viel zu viele gebiete und ich konzentriere mich wirklich aber es ist kompliziert bist du soweit ich glaube schon als du sagtest du musst mit deiner vergangenheit abschließen ging es dir nicht um die zerstörung von drachenhauch oder nein ich sprach von imran dem patriarchen der kristallenen orthodoxie er hat mich gezwungen all diese gräueltaten zu begehen ich werde ihn töten nur so kann ich mein altes leben wirklich hinter mir lassen und endlich nach vorne blicken und es wird mir auch gelingen mit dir an meiner seite immer so wie ich an deiner seite bin wir zerstören den mutterkristall gemeinsam und sit ja die wird sterben na dann geht's los zum nächsten mutterkristall ein bisschen zurück wieder in die heimat ne weil von da kommen wir ja ne da sind wir dann das ist ja das phoenix vor richtig der immer wald ne ist pool hat das rast ihr irgendwo ist das blöde drachentor aber wir waren doch da zu hause oder bin ich jetzt doof normal schon nützlicher trick du frierst die gehst und master mit nebel hast du dir das selbst beigebracht sie haben mich dazu gezwungen wenn die eiserne flotte auf see war habe ich so ihre bewegungen verbergen müssen nur ein kampf nein du lügst das könnte die letzte chance sein die ich habe die letzte chance damit abzuschließen ich muss es tun was es auch kostet in ordnung da ist der mutterkristall der eisernen drachen auch strömungen scharfe klippen und äther fluten nicht zu vergessen diese insel ist eine natürliche festung ich denke sie wiegen sich hier in sicherheit die rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen das heiligtum liegt im vulkan wenn wir dem alten pfad folgen sollten wir zum hintertor gelangen was irgendwie sinn macht dass sie von hinten nichts bewachen nachdem hinter ihnen nichts mehr kommt immer ich würde mal zur rückeroberung hierher kommen die insel war mal teil von rosaria oder genau bevor die eisernen sie in ihre klauen bekommen haben so wie mich 13 lange jahre habe ich hier leben müssen immerhin kenne ich mich jetzt gut aus dieser weg wurde nach einer äther flut stillgelegt er wird nicht mehr bewacht die perfekte abkürzung die äther flut breitet sich aus so schlimm war es damals noch nicht ich fürchte wir haben keine wahl der weg führt dadurch an dem tag an dem joshua starb haben aber hat aber die und sein vater hat aber haben aber die weise denn doch zusammen mit seiner mutter gekämpft richtig ich hoffe ich habe das noch richtig im kopf nicht 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 aber nicht stechen nicht stechen lassen da ich bringen sie euch in den angriffsnähe so habe ich gerne gemacht meine es ist zu laut wisst ihr was ich nicht gemacht habe ich habe keinen heiltrank gekauft ich bin ein idiot damit den brauche ich nämlich eigentlich da wollte ich aber eigentlich noch mal los aber das war in der letzten folge ich bin ein depp egal ist das ein erdbeben die gibt es hier oft und das ist ein kleines kein grund zur sorge ich wette die werden noch größer hier eh sie grimmst lol das war jetzt eine eine attacke moment ich musste kurz andere lichtverhältnisse suchen ich bin mal weiter hoch das noch ein weiteres tor für uns zum aufmachen dass die tor sind so unnötig dass die offen sind weil dass sie geschlossen sind ganz ehrlich so dann fangen wir mal an zack 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 ich habe heute schon wieder eine kleine wortfindungsstörung Ja, aber man merkt, dass ich keine Heiltränke habe, ne? Ich werde nicht damit versorgt. Das war Quatsch. Aber egal. So. Na? Und dann noch jemand. Blitzis! Da vorne ist das Arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Das Arboretum. Schöner Name. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Da gibt es doch jetzt bestimmt... Ja, guck mal einen Heiltrank. Easy. Reißteine brauche ich jetzt nicht, aber vielleicht gibt es hier nochmal. Hauch des Windes. Mach ich auch nicht. Brauch Heiltränke, Leute. Ach, das ist ne Arena. Das ist aber ne fette Arena. Ja. Ach, was ist denn hier passiert? Alles befallen. Hör. Die kennen wir ja schon. Halt dich von seinem Maul fern! Glaub mir, das werd ich! Ach, ekelhaft! Patsch, 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 patsch! Huch! Huch! Was wollt ihr denn von mir? Nein! Nein! Ich kann doch einfach das hier hernehmen. Zu langsam! Zu langsam! Nicht spritzeln! Haben die so Wechselwirkungen, dass wenn sie im Wasser stehen, nur denen das mehr weh? Oder so? Ich weiß es nicht. Weißt du, wie so bei Pokémon? Sehr lustig, ehrlich gesagt. Oh, nur 13k Schaden, das ist nicht so viel. Ach, nicht dein Ernstes, du dich jetzt einbuddelst! Alter! Was soll denn Regen? Ja, ne, das machen wir mal nicht! Stinkwut! Uiieiei! Du, ich... Mach das auch gern von Weitem! Wieso können die sprengen? Ja, das freut mich auch gerade. Kleif, mein Lieber, du kämpfst gerade gegen die Wurzeln! Waaah! Moin! Was drehst du dich denn jetzt zu mir? Na ja, guck mal, das passt ganz gut. Weil dann kann ich ausweichen und ihn nochmal angreifen. Das ist gar kein Thema. Zu langsam! Sollte mehr auf das Aufweißen gucken, als wie... auf das andere. Oh! Hammers, jawoll! Karsische Moorbohle erlegt. Wir haben ja auch schon easy peasy im normalen Zustand erlegt. Der war jetzt nicht viel schlimmer. Finde ich zu Recht. Er ist jetzt tot tot. Und wehe, die töten den Hund. Ich glaube, es ist warm hier. Brustanos Massiv. Oh ja. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Es ist aber echt komisch, dass hier... Es ist heißer, als ich es in Erinnerung habe. Echt null Menschen stehen zu betragen. Jawoll. Null Menschen stehen. Ich hab Schluck auf. Wie je jei. Langsam schon. Sie werden stärker. Aber das stimmt nicht. Wahrscheinlich, weil die irgendwie ahnen, dass wir kommen. Kann das sein? Also nur so eine Vermutung von mir. Aber ich kann natürlich auch falsch liegen. So. Du auch gleich noch. Boah, die sind so widerlich. Ich bin ja halt auch gut in dem, was ich tue. Natürlich lass ich es einfach. Achso, hier geht es gar nicht weiter. Doch hier geht es weiter. Hä? Wann konnte ich denn dann auch da links lang? Ach du Scheiße. Oh, fuck. Jetzt hat er das nicht. Ich hab mich das getroffen. War so nicht geplant. Ich find's schade, dass ich sie nicht runterschmeißen kann. Dass sie dann einfach, oh, fuck, stehen bleiben. Ich sollte meine Finger mal auf dieser Scheiße lassen. Fräulein Dragonette. Toll. Ich hab grad voll das... Nein, 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 nein. Bleib unten. Fräulein. Ja, nee, nicht weiter geht's. Wir müssen da noch mal kurz zurück. Ich hab da... Links davon ist wahrscheinlich eine Sackgaste, wo... Oh, ich hab zwei Haltrinke, das ist hervorragend. Wo vielleicht was liegen könnte. So eine Truhe oder so. So eine Truhe oder so. Oder komm ich jetzt einfach... Hä? Wann ich zum jetzt? Ach du Scheiße. Ich bin... Bin ich jetzt aus bisschen richtig gegangen? Du kleiner... Mistdrache. Du weißt, ich weiß nicht, so ihr seid alle entzückend. Ach, ich bin jetzt da oben. Okay. Muss ich da oben sein? Ich weiß es nicht. Da ist zumindest ne Kiste. Ich werde wahrscheinlich auch einfach von unten hingekommen, oder? Oh, hallo. Aua. 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 Hui. Ich hab Kacke gemacht, das ist okay. Und Leute, der ist ja schon gebrochen. Ich liebe meine Feuerattacken. Die sind so schön übertrieben. Ach ja, ich könnte auch mal wieder in meinen Fähigkeiten-Baum gucken. Ob ich noch mal was updaten kann. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Zu langsam. Und seitdem hatten wir doch ein paar... Wests... Ja, Clive, alles gut. Ich sollte halt vielleicht auch so weit ausweichen, dass es tatsächlich was bringt, dass ich diesen Knopf drücke. Okay. Ich weiche immer nach hinten aus. Was super keinen Sinn macht. Ah ja, guck mal, da ist es so. Okay, es gab einfach zwei Wege, die genau identisch waren. Okay, warte, jetzt gehen wir aber mal kurz in Ausrüstung und Fertigkeiten. Ich hab 1.129. Da guck mal. Fönix hab ich noch gar nicht ausgerüstet, gell? Ich hab aktuell ihn ausgerüstet. Stimme rammt nach vorne. Was ist jetzt der Gegner? Nee, das ist Quatsch. Kann ich nicht irgendwas? Was hab ich denn aktuell? Das kann ich nicht machen. Was hab ich denn aktuell? Ich steck gerne mal einen Schuss auf. So, ja, das hab ich ja. Kann ich auch alle. Die hab ich alle schon gemeistert. Das noch nicht. Hm. Ist das Geschoss-Ding? Ich meiste das mal. Weil das auch eine relativ starke Attacke, die ich oft hernehme. Ist sicher, ach, das Schwert habe ich. Okay. Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal gucken. Und da müssen wir rüber? Ach du Scheiße. Holy fuck. Geh schnell! Bevor es schmeckt! Das wird knapp. Komm her! Das machen wir nicht nochmal. Das ist äußerst praktisch, dass sie Shiva ist, muss man da sagen. Ich meine, er hätte bestimmt auch was mit seinen... Bevor es schmeckt. Wir halten uns nicht auf. Feuer-Ding machen? Keines mehr. Aber schon. Aber in so großer Zahl? Sind sie halt leider auch bald tot. Also... Bei aller Liebe. Alter, diese Losschwinge ist so ein... Overpoweredes Ding. Hui. Was war das denn? Das war ein bisschen... War warm. Hat der Palt gelb nicht gut. Es ist echt schade, dass man den nicht runterschmeißen kann. Das würde so viele das so viel lustiger machen. Das ist okay. Jetzt hängt er halt hier an der Wand. Das ist... Totally fine. Jetzt habe ich den durchgedrückt halten. Ich glaube, ich kriege richtig viel EP! Was geht da auch weiter? Wo geht's hier lang? Wahrscheinlich zu was ähnlichem. Huch. Ach ja, guck mal. Alter. Sind da auch Flügel dran, oder? Ja, da, Flügel. Holy shit. Wir müssen noch safe-call wieder gegen den Drachen kämpfen. Huch. Bleh. Ekelhaft ist es. Aua. Zack. Da ist es umgefallen. Das zieht so gar nicht, okay. Aber guck mal. Da ist es tot. Also, was heißt tot? Da ist es gebrochen. Rot war ja schön. Ich würde mich echt freuen, wenn ich Shivas Kräfte bekomme. Deswegen glaube ich halt auch, dass sie sterben wird, weil ich irgendwie Shivas Kräfte kriege. Weil das war ja auch der Grund, in Anführungszeichen, für Sitzbrot. Wie? Wie? Wir haben diesen ekligen Schleim besiegt. Mit Trill-Armbänder. Gehen wir mal weiter. Heiltrank, sehr gut. Jetzt sind wir eh wieder vor einer Arena. Ja, also. Ach, das ist so ein fantastisches Arte-Sei. Das ist ja unfassbar. Aua. Was? Oh, das war smooth. Der ist über mich drübergerollt und ich habe mich einfach auf die andere Seite rübergelegt. Aua. Aua. Ist er gebrochen? Nein. Futsch! Schnell wieder! Ja, jetzt ist er gebrochen. So, bevor er wieder gänzlich aufwacht, einmal raufballern mit meinem Rage-Modus. Oh, der ist ja nicht voll süß. Ich will ihn gar nicht. Was hat er vor? Wir kämpfen. Ich will es nicht wissen. Uiuiuiuiuiui. Alles klar! Alles klar! Jetzt brenne ich! Bist du nicht veräppeln? Bist du nicht veräppeln? Aua! Alter! Gebrochen? Ja! Sehr gut! Dann jetzt drauf! Wir haben ihn gleich! Jawohl! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die ging aber auch einigermaßen. Die kriegen sogar einigermaßen... 5 von... Ach Quatsch! 25.000! 2500 natürlich nur! Alles gut? Diese Hitze! Danke. Der hat ganz schön Radar gemacht. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los.